ein neuer tag auf wunderbarer offener see ich freue mich schon zuerst einmal schauen was meine matrosen zu machen und ja ich hoffe die haben nichts angestellt auf offener see wieso sind wir an land erst offizier matrosen wo sind die denn alle wieso sind wir an land ich habe das nicht befohlen wo sind denn die hier ist keiner das gibt es doch nicht wo die müssen doch irgendwo sein das ist ja meuterei einfach an land gehen ohne dass ich das befehle was ist denn los mit euch keiner da ist wasser im schiff die 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 haben das schiff auf ne auf den korallen trifft gesetzt diese idioten wo sind die denn verfluchte landraten die sind abgehauen dreckiges matrosenpack nein ernsthaft wie kann man nur so unfähig sein und das schiff auf ne auf den korallen trifft setzen also während meiner schicht wäre sowas natürlich nicht passiert der einzige stein weit und breit und die fahren dagegen ja und dann hauen sie auch noch ab sehr lieb sehr nett dankeschön was machen wir denn jetzt was machen wir jetzt und damit hallo zusammen und herzlich willkommen zu merlin place valhelsia 2 ja ich bin endlich einmal in die 1 15 gewechselt bis jetzt noch nie was neueres außer 1 12 2 gespielt und ja ich habe mir jetzt ein pack rausgesucht ganz ungewohnt für mich komplett ohne quests quest modpacks ja naja okay egal aber also ich würde richtig spielen wenn es vernünftige geben wird es gibt ein zwei aber naja egal ich habe mir jetzt gezielt einmal dieses rausgesucht und ich ja wie gesagt ohne die quests fehlt natürlich irgendwo das gewisse ziel aber ich habe mir jetzt einfach mal ein zwei tage gedanken gemacht und habe mir selbst ein ziel gesteckt das werde ich dann alles gleich noch mal ein bisschen erklären das heißt wir haben eine große quest die quest wird uns durch das ganze pack verfolgen und ja und ich bin richtig gespannt auf neue mods auf die neuen funktionen wie gesagt ich habe noch kein 1 13 aquatic update gespielt ich habe kein 1 14 villager update gespielt und ich habe noch kein 1 15 pinchen update gespielt keine ahnung also ich mir ist das alles komplett neu ich habe zwar alles einmal gesehen irgendwo aber ich bin wirklich gespannt und vor allem auch auf die neuen mods sind zwar wieder ein paar alte mods mit dabei die wir schon kennen die wir auch nutzen werden aber ich will definitiv hier auf die neuen mods hauptsächlich gehen und natürlich auch noch mal die alten zur unterstützung dann das heißt wir werden ja egal okay ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal raus ich erkläre dann einfach unterwegs noch mehr ihr habt es ja gesehen ja unsere matrosen die helden die haben das schiff auf den einzigen stein gesetzt auf dieses kleine korallenriff hier vorne ohne korallen aber egal und sind abgehaut sind einfach weg und ich habe gefragt was machen wir denn jetzt und ja es gibt natürlich nur eine lösung wir versuchen die weltherrschaft an uns zu reißen wie üblich wie üblich das ist natürlich immer das große ziel und das werden wir machen mit mein koloniert ja jetzt gibt es natürlich einige von euch die sagen ja das ist jetzt nicht zu meint so kleines dörfchen bauen und so und so low tech und so weiter und so fort aber ganz ehrlich ich habe mir die motto ein bisschen genauer angeschaut und es gibt da so geile funktionen und wie gesagt die große quest die ich mir gestellt habe ich will eine richtig fette geile stadt bauen und ihr werdet sehen das wird mit der zeit richtig heftig ressourcen fressen und das kann man natürlich dann nicht einfach so also könnte man schon in vanilla spielweise aber da habe ich keine lust drauf ihr kennt mich da bin ich viel zu faul dafür nein wir nutzen natürlich die technischen möglichkeiten die uns da gegeben werden es ist in das vorgesehen mit drauf ist es ist immersive engineering mit drauf die beiden werden wir nicht so spielen die haben wir in eternal recht internal und und engineers live recht gespielt einzelne bereiche vielleicht ausnutzen aber was auch wieder mit drauf ist ist das neue mechanism also die neuesten version natürlich dann power ist mit drauf simple storage network ist wieder mit drauf refined storage und so weiter und so fort es sind ein paar magie mods mit drauf botania und noch ein paar neue die ich auch noch nicht gehört habe ich denke da ist für jeden wieder was dabei und wie gesagt das große ziel ist die geilste stadt ever zu bauen ja okay es gibt leute die bauen geilere städte als ich das mir klar die geilste stadt die ich jemals gebaut habe so muss ich sagen und wie gesagt dafür nutzen wir eben alles was dieses pack so hergibt und das werden wir auch brauchen wie gesagt die die gebäude die da noch kommen die werden heftig von der ressourcen ja okay dann würde ich sagen wir gehen einmal an land ich habe mir schon ein kleines bisschen angeschaut also ich bin natürlich jetzt in am world spawn hier ist bond irgendwo da in dem wald bin ich es bond sieht ist merlin pg mit terror forged heißt die mod die eben diese landschaft so geil macht also ich finde die so genial schaut richtig schön aus richtig nice aus genau so terror forged merlin pg ist das sieht und bin dann einfach nur mal hier hoch marschiert und haben mir einen schönen platz ausgesucht und ich denke hier ist so ein schöner platz und wir werden platz brauchen also mindestens so 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 ich habe wieder großes vor aber egal langes labern ich würde sagen wir legen jetzt einfach mal los und naja genau genau also ist nix das ganze schiff von ist alles nix creative sondern ich habe alles auf dem weg von dort hinten hier nach vorne gefarmt und wie gesagt das schiff ja das ist einfach nur von mein kolonies schon wieder verschwunden sehr schön okay egal okay dann ist eben verschwunden hauptsache stehen dort noch nicht ganz kraften genau einfach nur fünf bauts und dann hat man dieses supply ship und alles was ich unterwegs eingesammelt habe habe natürlich hier auch auf das schiff gemacht also wie gesagt nix creative alles survival alles ganz normal genau wir haben hier noch mal was ist da jetzt passiert ich habe keine ahnung ich weiß auch nicht das ist das ist ein bisschen verpackt das hä okay ach die zählen als einschelf egal egal ich würde sagen wir legen einfach mal los eine ho ja ganz wichtig ganz ganz wichtig eine ho genau wir legen einfach mal los wie gesagt ich habe alles so ich habe alles mögliche eingesammelt pumpkins ein paar loks beziehungsweise ich würde gleich einmal sagen da war was zum essen drin das nehmen natürlich gleich einmal mit und eine gebrauchte pickaxe ein schwert nehmen mit genau den kelb das war unter dem schiff ja was haben wir denn noch alles saplings auch saplings berge saplings crafting table können wir natürlich mitnehmen das schadet nie cherry sapling brauchen wir die ja jetzt nicht wirklich cherrywood ihr habt doch irgendwo noch da waren doch irgendwo bin jetzt doof wo sind die blöden das mag ich nicht mehr kann man das sortieren ja kann man sortieren blueprint package muss ich mir anschauen habe ich noch keinen plan dark oak saplings genau die werden wir brauchen genau dann nehmen wir das zeug einfach mal mit weiß gar nicht da können wir da können wir theoretisch mal ein bisserl was durchbrennen damit wir ein bisserl nahrung haben sehr schön genau dann gehen wir mal an land und dann schauen wir uns mal unsere neue heimat an ja und ich kann schwimmen haha das ist heftig das ist das erste mal dass ich schwimmen minecraft also so richtig so mit mit animation und so da ist ein hühnchen das hat uns einmal eingetroppt jetzt habe ich so lange gelabert dass die sonne untergeht ich gehe mal kurz schlafen genau unterwegs da habe ich auch diese bärenbüsche gefunden die haben natürlich gleich mal mit eingepackt die sind natürlich eine geniale nahrungsquelle für den fürs early game natürlich optimal nehmen uns natürlich gleich alle mit genau und dann würde ich sagen wir platzieren mal unsere town hall in dieser weg punkt es kommt dann später irgendwann einmal kann man den war glaube ich so gestreifte kartoffeln disable jawohl gestreifte kartoffeln sind disabled sehr schön genau dann gehen wir mal hier nach vorne denn ich habe mir hier irgendwo schon mal platz markiert wo ich gerne unsere town hall hin bauen möchte hier ist einer zeigt er mir nicht was das ist und da drüben noch mal einer sein und da vorne noch mal einer sein genau jawohl hier kommt unsere town hall hin und können wir eigentlich schon mal hier mit platzieren town hall und zwar würde ich gerne hier hier haben wir das ganze ein bisschen angeschaut und ich habe was gefunden das ich absolut genial finde das ist so nice habe ich echt nicht gewusst dass sowas gibt und von mine colonies und zwar der fortress style ich gehe mal kurz da raus dass wir ein was sehen okay wir sehen wir sehen gar nichts muss ein bisschen runter genau und zwar hätte ich gerne den eingang das ist dieses teil hier vorne auf der seite das heißt wir müssen das ganze einmal drehen dann aus diesem komischen pit da raus und dann gehen wir genau auf diesen block eins weiter noch okay der passt schon mal sehr schön und der sieht auch gut aus genau da müssten die anderen hinten eigentlich auch passen und zwar ist es vor dress das ist es ist so geil gemacht also finde ich echt nice und zwar immer mit f3 und g wie gustav dann kann man ja die junk borders anzeigen und das ganze ist so aufgebaut dass jedes gebäude von diesem fortress style immer entweder an halben junk breit und einen junk lang ist oder oder also genau das richtige für mich man kann quasi aus aus lauter einzelteile sich ein richtig geiles putzle zusammenbauen und ich finde es so nice und wie gesagt ich bin was habe ich denn jetzt gemacht wie habe ich denn jetzt die render distance verstellt auf egal ich finde es so nice und ich bin wirklich wirklich gespannt was uns da noch alles erwartet genau das eingangs tor steht nach süden der boden sieht gut aus genau das sind diese blöcke das bedeutet egal welcher blog da unten ist das ist im wurst genau und dann platzieren wir das ganze mal nein doch create new colony sehr schön jawohl und damit haben wir jetzt unsere erste kolonie jetzt brauchen wir natürlich ja erst einmal passiert die noch eintreffen werden hoffentlich aber bevor wir jetzt hier großartig loslegen würde ich sagen denn wir werden definitiv mehr holz brauchen ich sollte mir mal die mühe machen und die saplings ansetzen und da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher also ich habe keinen plan warum wieso weshalb das so ist wie es ist aber in dieser welt wachsen ein block große tag auch saplings ich habe also zumindest bäume ich weiß nicht ob die so wachsen ich habe keinen plan ich würde sagen ich plant jetzt einfach mal einen groß aber die saplings die habe eben von bäumen bekommen die bloß 1 groß sind drum ja keine ahnung ich baue jetzt einfach mal einzelne auch hin weil ich genau sechs stück habe und dann schauen wir einfach mal was dabei rauskommt ich weiß es nämlich nicht werden wir sehen und ja auch saplings sollten vielleicht auch anpflanzen hier ist heftig viel gemüse muss ich ganz ehrlich sagen geht die können wir einfach so nehmen und pflanzen glaube ich mal jawohl und dann ist die frage sind schon mal die ersten ziel aufgetaucht ist jetzt glaube ich noch nicht aber doch das ist er unser erster anwohner der erό junger ist ja erin der name ist natürlich heftig Aber das erste, die Josian C. Garrett. Nice, sehr schön. Ja, dann haben wir schon unsere ersten beiden Siedler. Und das erste, was wir natürlich brauchen, ist eine Bilder-Sat. Ohne Bilder-Sat geht hier gar nichts. Wir brauchen eine Ruhe. Jetzt rede ich. Wir brauchen einen Bilder, logischerweise, der uns das Ganze aufbaut. Und das Gemüse ist so hoch, ich sehe gar nicht, wo was ist. Ich muss mir hier mal ein bisschen Platz schaffen. Darf ich dann gleich mal richtig aufräumen. Was wollte ich? Eine Auktor. Und dann bauen wir uns die erste Bilder-Sat. Jawohl, sehr schön. Genau, und dann sollte er erst einmal die Bilder-Sat aufbauen. Die Frage ist, wo bauen wir das Ganze hin? Ich würde sagen... Ja, ich würde sagen, wir machen das Ganze immer hier vorne. Und zwar Bilder-Fortress-Sat. Jawohl, nehme ich bitte. Einmal drehen. Bisschen nach vorne. Und da kann man auch wieder mit Hilfe der Junk-Border eben anzeigen. Okay, wir müssen nur einen Block da her. Genau, weil, wie gesagt, es fängt genau in dem Junk an. Ist einen Junk lang. Genau, da hört es auf. Und einen halben Junk bereit. Also, ich finde das System so genial. Ich mag das. Das ist wie Putzle. Ich denke mir gerade, wieso bin ich so langsam? Ich muss ein bisschen was essen. Mierke ich gerade. So, fertig. Fertig gegessen. Genau, und jetzt bauen wir Fortress Level 1. Sehr schön. Nice. Okay, ich muss nochmal reinklicken. Build Options. Build Building. Was? Assign a Builder. Da ist er doch. Da, 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 da. Er fängt doch schon an. Beziehungsweise, er wird anfangen, wenn er, er braucht jetzt wahrscheinlich noch eine Schaufel, so wie ich ihn kenne. Wir können das Ganze auch ein kleines bisschen beschleunigen. Indem wir schon mal das ganze Gemüse da wegmachen. Ja, die haben es nicht so mit Gemüse. Ah, okay. Unser letzter Kolonist ist auch noch eingetroffen. Nice, nice, nice. Ein schwarzes Schweinchen. Hm. Auch cool. So, okay, also, was braucht er denn jetzt? Genau, die müssen wir jetzt die ganzen Ressourcen geben. Nein. Requests? Keine Requests? Ja, die sind teilweise ein bisschen langsamer. Hallo Herr. Könnten Sie bitte mal anfangen, die Bildershütte zu bauen? Das wäre sehr lieb. Ja, deswegen sollst du ja auch anfangen, du Held. Keine Ahnung. Faule Socke. Genau, also das dauert immer ein kleines bisschen. Aber mit der Zeit kapieren die das dann irgendwann einmal, was sie machen sollen. Und die machen das dann auch irgendwann mal. Schön gesagt. Wenn der dann mal starten würde, dann würde ich sehen, was der braucht. Genau, das sollte nämlich dann hier mal auftauchen. Lassen wir ihm ein bisschen Zeit. Der ist nicht zu schnell. Der nette Herr. Bauarbeiter. Genau, ist sein erster Job. Das schalte ich mal wieder aus. Ist sein erster Job. Irgendwo fängt man langsam an und kann sich dann eben weiterentwickeln. Okay, da ist noch nichts gewachsen. Ich sollte vielleicht hier mal Fackeln platzieren. Ja, machen wir gleich. Machen wir gleich alle. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man Saplings ausleuchtet, die mögen das. Dann wachsen die schneller. Die Frage ist, was brauchen wir denn noch alles? Wir brauchen eigentlich erst einmal gar nichts. Doch, doch definitiv was. Wir brauchen erst einmal ein bisschen bessere Ausrüstung. Gibt es denn hier irgendwo Steine? Und das habe ich schon gesehen. Da habe ich wirklich ein bisschen Sorge, dass wir hier ein Problem kriegen mit Stein. Weil es gibt so viel Müllgestein. Also Gabro. Was heißt Müllgestein? Ähm, Marble. Ha, nice. Und irgendwie ist die Axt, die zieht viel besser. Marble. Nehmen wir mal die Fackel in die Hand. Aber ihr seht es schon. Da ist Marble, da ist Gabro, da ist das und das. Aber, aber nirgendwo ist Cleanstone. Eisen. Das ich nicht abbauen kann, weil ich kein Cleanstone finde. Noch mehr Eisen. W-wit, w-w-w-w- ein Baby-Creeper. Oh Mann. Ein... Jetzt ernsthaft? Und ich komme da nicht runter. Wie viele Blöcke sind denn das? Ah, das sind drei Blöcke. Hörst du bitte auf, zu explodieren? Okay, der macht nichts. Sehr schön. Ich habe übrigens hier, ähm, Mob-Greefing auf Falls, weil ich einfach keine Lust habe, dass wir die, ähm, Creeper hier wieder alles zersprengen, was die, was die Dorfbewohner aufbauen. Und wie gesagt, das habe ich dann nicht unter Kontrolle. Es ist zwar ein gewisser... Da ist endlich Cleanstone. Es ist zwar ein gewisser Bereich gesperrt, soweit ich das verstanden habe. Aber wie gesagt, ich will einfach vermeiden, dass die Creeper eben, ähm, wegen irgendeinem Dorfbewohner dann ausgelöst werden und dann meine Base sprengen oder whatever. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin sowieso nicht so der Fan von Creeper. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Egal. Egal. Wie gesagt, Mob-Greefing ist ein Falls. Das, ähm, habe ich so eingestellt und das werde ich auch so behalten. Kann man, kann man, kann jeder seine eigene Meinung drüber haben. Aber ich finde einfach, was ich mir aufgebaut habe, ich will nicht überall diese blöden Bodenfackeln hinbauen. Ich hasse sie so. Und das muss man halt leider, wenn man das auf Ohren hat, dementsprechend. Naja, egal. Genau. Das zur Info. Mob-Greefing auf Falls. Ich besorge mir noch ein kleines bisschen mehr Stein. Und dann machen wir jetzt einmal unsere Grundausstattung wie, ja, das übliche halt. Ofen-Pick-Ecks. Aber ich glaube, ich habe wirklich, ich glaube, dass es heftig wird mit dem Stein. Zu viel Stein aufzutreiben. Wir brauchen später richtig viel Stein. Ja, und da habe ich leider ganz am Anfang schon mal schlechte Nachricht. Ich war ja kurz unten bei meinen, habe mir ein bisschen Stein besorgt, dass wir uns, äh, unsere Tool upgraden können. Auf einmal kriege ich lauter Todesmeldungen. Ihr seht es selber. Ähm, Dillon-Jay, äh, Dillon-Q-Heddock ist gestorben und der Bilder, Ist auch gestorben. Die war doch nur kurz unten. Also wir müssen hier ganz, ganz dringend einen Zaun außen rum bauen. Müssen das Ganze ausleuchten. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Wir haben jetzt einen neuen Bilder. Der Josian C. Ah, das war das Mädel. Die Josian C. Garrett, genau. Und die braucht jetzt eben alles mögliche an Items. Ein paar Sachen habe ich schon reingeschmissen. Eine Schaufel will sie haben, okay. Da habe ich noch zufällig eine übrig. Genau, dann kann ich schon mal anfangen. das Ganze hier ein bisschen auszuheben und wir werden jetzt nebenbei schon mal wieder ein bisschen weiter die Materialien besorgen. Ich habe auch noch was gesehen und zwar, ich habe ja die doppelten Bäume gepflanzt und die einzelnen Bäume gepflanzt. Also hier habe ich ja zweimal zwei Feld angepflanzt und hier habe ich ja einen Zeppling nur gepflanzt. Hier ist ein großer Baum gewachsen, zweimal zwei und hier auch. Das heißt, ich brauche wirklich nur einen Zeppling für zweimal zwei Baum. Interessant. Gut, dann platzieren wir eben nur einen Zeppling. Was wollte ich noch? Genau. Und ja, ich habe noch was gesehen. Ihr habt gesehen, dass ich zu faul bin, hier Bäume zu farmen. Deswegen, ja, gleich das Erste, was wir hier machen, ist, wir gehen einmal ins Wasser, suchen uns eine schöne Stelle aus. Ich sehe da vorne schon was. Ja, muss ich natürlich dann das Loch wieder zustopfen, ganz klar. Denn schön ist was anderes. Da habe ich wieder keine Schaufel. Ja, mache ich auch wieder was, was ich normalerweise nicht gerne mache. Aber egal, ich verteile jetzt einfach mal hier ein paar Crafting Table. Und machen wir uns eine Steinschaufel. So craftet man es nicht. So ist richtiger. Genau, und dann besorgen wir uns gleich mal ein bisschen Clay. Denn wie gesagt, ich habe keine Lust, hier irgendwelche Bäume per Hand zu farmen. Ich bin eine faule Socke. Das wisst ihr mittlerweile. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, das Ganze zu automatisieren, dann werde ich das tun. Und zwar definitiv. Oh, diese Schwimmerei, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Hm. Komisches Ding. Komisches Ding. Ja, da drin wäre ein Ofen. Egal. Ich gehe jetzt einfach mal wieder da nach vorne und dann bauen wir uns dort einen Ofen. Mist, wo bin ich denn da reingelaufen? Ich habe das Eisen liegen lassen. Weil meine Anwohner alle gestorben sind. Wie dumm. Richtig dumm. Ähm, ich mache es bei die Bäume. Da finde ich es wieder. Da habe ich auch wieder kein Crafting Table. Da vorne steht einer. Ja, dann machen wir es eben hier. Ist auch okay. Ähm, einen Ofen, bitte. Und schauen wir mal kurz. Jawohl. Und da brauche ich das richtige Crafting Rezept. Nicht, dass ich die jetzt brenne und dann funktioniert das irgendwie anders. Nein, alles gut. Onsai Pot. Nice. Sehr schön. Ähm, einen Ofen. Kohle rein. Und ja, ich glaube so viele brauchen wir nicht. Ja, doch. Sechs können wir schon mal machen. Okay, ich habe zwar jetzt definitiv und ich muss wieder schlafen. Ich muss wieder schlafen gehen. Ich gehe mal kurz. Der Weg ist immer so weit. Ich gehe kurz schlafen. Ähm, lasse das durchbrennen. Hole das Eisen noch von unten. Lasse das auch durchbrennen. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, ich habe jetzt immer das Eisen besorgt. Und wie könnte es auch anders sein? Merlin P. G. war schon bei Baby Skeleton. Ich heiße diese kleinen Dinger. Die sind so nervig. Aber dafür haben wir jetzt das Eisen. Und wir haben auch die Bricks. Sprich, wir können wir uns jetzt sechs Bonsai-Pots craften. Ähm, ich hoffe mal, das Rezept ist immer noch das gleiche. Ja, schaut gut aus. Das ist nicht so toll. Ähm, wie machen wir das jetzt am besten? Machen wir es so. Da bekommen wir die blöden Oakchests raus. Ich hoffe, dass das... Oh, es müsste auch funktionieren. Na. Einmal so. Jawohl, dann haben wir schon mal drei Hopper. Dann können wir uns hier schon mal drei Hopping-Bonsai-Pots craften. Sehr nice. Sehr schön. Gibt's eigentlich Draw? Ähm, gibt's Draw? Nur so eine Frage. Ja, die gibt's auch. Die Frage ist, machen wir uns so einen? Ähm, wie craftet man die denn? Okay, mit irgendwelchen Chests. Mit irgendwelchen Chests. Dark Oak Chest. Ja, ich will jetzt eigentlich das Dark Oak nicht großartig verwenden, ähm, weil wir das eben noch zu Massen brauchen werden. Aber dann werden wir eben jetzt gleich einmal... Ja, okay, da bekommen wir vier Stück. Genau, dann werden wir hier jetzt schon mal Massenproduktion starten. Und... Ja, da gehen wir jetzt einfach... Dieses blöde Gras immer. Geben wir jetzt einfach mal hierher und platzieren hier schon mal unsere ersten... Unsere... Hallo? Okay, dann eben so. Unsere ersten drei Hopping Bonsai Pots, damit wir endlich einmal die Produktion starten können. Genau, ich brauch bitte drei Erde. Nehmen wir gleich... Ah, das vierte war doof. Brauch ich ja gar nicht momentan. Ja, aber nur drei von den Teilen. Ich muss natürlich noch ein bisschen mehr Eisen farmen. Und intelligenterweise habe ich die natürlich auch rausgeschmissen. Wo haben wir das? Dark Oak Seppling. Genau, und dann lassen wir uns hier schon mal Holz farmen. Dann kann ich schon mal loslegen. Finde ich genial. Spare ich mir Arbeit. Immer gut. Und? Wenn die ausgewachsen sind. Genau, dann haben wir schon die ersten Locks. Nice. Okay, Leaves und glaube... Sticks bekommen wir auch raus. Was bist du denn? Bananas. Von Simple Farming. Auch so ein Motto. Auch wieder was Neues. Also, neue Sachen, da bin ich immer gespannt drauf. Und ich habe so lange schon gewartet. Ich habe mich so lange schon gefreut drauf. Endlich einmal was Neueres als 1.12 zu spielen. 1.12 ist absolut genial. Aber wie gesagt, wenn man mal was Neues spielen kann. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Okay, die gute Josian. Schon wieder eine Schaufel? Ja, dann machen wir da noch eine Schaufel. Ich glaube, Stein. Geht Steinschaufel? Ich glaube, ich habe es wieder eine Schaufel. Living Wood. Living Iod. Wood Pexel. Gold. Shadow Root. Alles mögliche. Aber keine Steinschaufel. Genau, da muss ich glaube ich erst hochleveln. Wie auch immer. Egal, dann bekommt es eben nochmal eine Holzschaufel. Ist okay. Fulfill. Jawohl. Und dann hat sie das. Und jetzt müssen wir eben noch schauen. Wie gesagt, da fehlten eben noch Dark Oak Fence. Noch mehr Planks. Alles kein Ding. Genau. Einmal die Planks. Dann müssen wir noch ein bisschen einen Zaun herstellen. Jetzt ist wieder die Frage, wie crafted man den? Okay. Aber ich glaube, das waren... Ich glaube, sie hat mehr gebraucht. Okay, zwei. Zwei Zaun. Und ein... Ähm... So. Jawohl. Dann eines der. Und was noch? Itemframe. 32 Oak Signs. Und eine Resource Scroll. Wie craftet man denn die? Okay. Leder. So, ich habe jetzt einmal die ganzen Materialien besorgt. Und ihr seht es selber. Das Teil ist fertig. Das Teil steht. Auch wenn ich mich gerade wundere, warum da oben keine Fackeln drauf sind. Ähm... Okay. Ah, okay. Die sind da vorne dran. Auch gut. Genau. Das heißt, das erste Gebäude steht schon mal. Und ja, das zweite. Die Town Hall könnte man theoretisch später erst machen. Aber mir wäre das ganz wichtig, dass er die Town Hall jetzt schon mal anfängt. Sie bis... Ja, eigentlich ist das sie. Dass sie die Town Hall jetzt schon mal anfängt zu bauen. Denn, ja, dann haben wir mal so einen kleinen Zaun. Ihr seht es auch hier ab außen rum. Da hinten sehen wir es. Und hier schon mal angefangen, hier so einen kleinen Zaun außen rum zu bauen. Denn, ja, wie gesagt, es sind uns auch schon zwei Bauarbeiter gestorben. Ich bräuchte den Schutz natürlich nicht. Ist ganz klar. Also ich kann ja definitiv auf mich selber aufpassen. Ähm... Genau. Nein, aber dass unsere Dorfbewohner und dass wir auch mir ein bisschen Ruhe haben vor den Mobs. Würde ich sagen, ich ziehe nochmal einen Zaun außen rum. Muss das Ganze dann wohl oder übel nochmal mit Bodelfackeln auskleiden. Werd ihm das ganze Zeug für die Town Hall nochmal besorgen. Ja. Und in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter. Denn das war es leider schon wieder mit dieser Folge. Und, ja, ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Projekt. Wie gesagt, das ist Mindcolonies. Aber eben auch mit Technik, mit Magie, mit allem drum und dran. Um eben das zu erreichen, was ich erreichen will. Und zwar eine fette City. Das heißt, wenn Mindcolonies nicht so interessiert, kein Thema. Könnt ihr bitte mal das Gebrabbel aufhören im Hintergrund. Danke. Wir werden sehr viel mit Technik und Magie auch machen. Ernsthaft jetzt. Kann man euch irgendwie ausschalten oder so? Die sind richtig nervig. Ich gehe da mal weg. Das ist mir zu doof. Genau. Dann gehen wir mal an den Zaun. Ach, diese Ruhe. Wie angenehm. Also, ihr habt auch so Bock auf das Projekt wie ich. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und was uns hier alles auch für neue Mods entgegenspringen, entdecken sollen. Egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Und wie immer zum Schluss mein Wunsch. Bitte gerne abonnieren. Bewerten, kommentieren. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.